Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch wunderschöne Salut-Raketen von Funke und zwar die Silberblitz-Raketen. Wir haben hier zehn Stück enthalten. Eine Rakete hat wunderschöne 6 Gramm NEM. Wir haben hier einen Silberschweif-Ausstieg zu Silberfunken-Blitzknall. Wir haben hier insgesamt 60 Gramm NEM aus der 2018er Charge und ich würde sagen, wir zünden die jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, Funke Silberblitz-Raketen, Salut-Raketen. Richtig brachiale Teile und davon hauen wir jetzt mal so drei weg. So, eins, zwei, drei, komm mach mal vier. Let's go. Fangen an mit zwei Stück. Und die letzten beiden. Richtig brachiale Teile. Kaufen viele und geht raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Outro 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 Outro